Wie ist die Klimawirkung im Verkehr? Wie kann es eigentlich sein, dass gefordert wird in Politik und Gesellschaft, dass in Städten Europas kein Benzinauto und kein Dieselauto mehr fahren darf? Was für Gründe hat das dann da? Die Gründe dafür liegen vor allem im Treibhauseffekt und genau dazu soll es in den nächsten Minuten gehen. Wir fangen einfach mal ganz vorne an. Was ist Treibhauseffekt und wie wirkt sich sowas aus? Beim Treibhauseffekt handelt es sich um einen ganz normalen, grundsätzlichen, sehr natürlichen Effekt für alles Leben auf der Erde. Wie wir wissen, bewegt sich die Erde um die Sonne und die Sonne schickt Licht zur Erde. Eine Strahlung unterschiedlicher Wellenlänge, die natürlich auf die Erdoberfläche trifft und die Erdoberfläche aufheizt. In der Nacht wird ein Teil dieser Wärmeenergie in Form von langwelliger Strahlung wieder in den Weltraum abgestrahlt. Das ist bei allen Planeten so und würde eine ausgeglichene Bilanz ergeben. Glücklicherweise haben wir auf der Erde aber eine Atmosphäre, in der sich Wasserdampf, Kohlendioxid und andere Treibhausgase befinden. Und die Atmosphäre sorgt nun dafür, dass ein Teil der zurückgestrahlten Energie wieder zur Erde reflektiert wird und es auf der Erde wärmer wird. Gäbe es den natürlichen Treibhauseffekt nicht, dann wäre auf der Erde eine mittlere Temperatur von etwa minus 18 Grad zu erwarten, kalt und Wasser wäre gefroren. Mit Treibhauseffekt sind es plus 15 Grad sehr viel angenehmer. CO2, eines der wichtigeren Treibhausgase, trägt zu diesem Treibhauseffekt, zu diesem Erwärmungseffekt bei. Und CO2 ist grundsätzlich wichtig für alles Leben, vor allem für Pflanzen auf der Erde, denn Pflanzen können nur wachsen, indem sie CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen. Dadurch erzeugen sie Biomasse. Und auch hier ist ein Gleichgewicht. Würde die Pflanze dann absterben und verrotten, würde natürlich das CO2 wieder frei und es könnte für neues Wachstum, neue Biomasse verwendet werden. Dieser CO2-Kreislauf setzt sehr viel CO2 um und ist wichtig. Er wird nun ergänzt durch einen anthropogenen, durch einen menschgemachten CO2-Kreislauf. Und zwar immer dann, wenn wir Kohle, Erdgas, Erdöl verbrennen. Dann kommt zusätzlich CO2 in die Atmosphäre. Die beiden Kreisläufe sind von der Größenordnung sehr unterschiedlich. Der menschgemachte setzt jedes Jahr 32 Milliarden Tonnen um. Der natürliche 550 Milliarden Tonnen CO2 jedes Jahr im Kreis, der ist natürlich sehr viel größer und dominanter. Der menschgemachte macht nun den kleinen Anteil aus. Und dieser kleine Anteil macht den Unterschied. Denn dieser kleine Anteil von 30, 32, 35 Milliarden Tonnen jedes Jahr kommt zusätzlich in die Atmosphäre. Im ersten, im zweiten, im dritten, im hundertsten Jahr. Und jetzt reichert sich CO2 in der Atmosphäre an, vor allem aufgrund von Industrie-, Haushalt- und Verkehrsemissionen. Und damit steigen CO2-Emissionen und damit wird es wärmer auf der Erde. Die 32 Milliarden Tonnen CO2, die diese Menschheit jetzt jedes Jahr in die Atmosphäre entlässt, die machen natürlich den Unterschied. Jetzt stellt sich sehr schnell die Frage, kann man diesen Betrag denn nicht reduzieren? Kann man die Emissionen nicht senken? Naja, kann man. Es ist zunächst mal zu überprüfen, woher kommen denn die Emissionen? Wie groß ist eigentlich der Anteil des Verkehrs? Es gibt nun sehr, sehr schöne Studienuntersuchungen, vor allem das Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Bitte selbst recherchieren. Dort gibt es die ganzen Studien zum Download. die einigermaßen zuverlässig die verschiedenen Emissionen aufschlüsseln. Und natürlich sind Industrie, Haushalte, aber auch Land- und Forstwirtschaft dabei. Immer dann, wenn gerodet wird, werden sehr, sehr viele dieser Emissionen erzeugt. Alles, was mit Stromerzeugung zu tun hat und eben der jetzt uns interessierende Verkehr, tragen zu den Emissionen bei. Eigentlich ist die Größenordnung der Emissionen klar, aber sie können jetzt spielen. Gerade für politische Lobbygruppen oder auch für Interessenträger ist es wichtig, den eigenen Anteil klein und den Anteil anderer Quellen großzurechnen. Wenn Sie auf Internetseiten recherchieren, stellen Sie fest, der Anteil des Verkehrs liegt so vielleicht bei 14 Prozent, 10, 14, 15 Prozent. Beträchtlich, aber nicht wirklich dominierend. Wie kommen eigentlich diese 14 Prozent zustande? Die Datengrundlage sind oft die Berichte der einzelnen Länder an die Vereinten Nationen, an das Klimasekretariat und da muss jedes Land berichten, was in seinem Land, in seinen Landesgrenzen, bei den bodengebundenen Verkehrsträgern emittiert wurde. Die 14 Prozent hängen entscheidend von den Abgrenzungen ab. Es ist immer die Frage, was beziehen Sie ein und was beziehen Sie nicht ein? Wie kommt so eine Zahl zustande? 14 Prozent, die der Verkehr zu diesen Emissionen beiträgt. Das Wichtige ist, dass Sie immer selber versuchen, solche Zahlen zu hinterfragen und einzuordnen, denn es ist wie immer, es kommt auf die Abgrenzung an. Je nachdem, was Sie einbeziehen oder nicht einbeziehen, ergeben sich ganz unterschiedliche Werte. Normalerweise erheben die Länder den Verbrauch der Kraftstoffe innerhalb ihrer Landesgrenzen und das aber bedeutet, alles das, was Schiffe oder Flugzeuge in den Ländern an Kraftstoff aufnehmen, tanken oder bei den Schiffen bunkern, wird als Export gewertet. Es wird ja eigentlich nur zu einem geringen Teil innerhalb der Hoheitsgewässer oder bis zur Landesgrenze emittiert und alles, was die Landesgrenze verlässt, zählt als Export. Dass das dann im Zielland nie ankommt, sondern unterwegs natürlich benötigt wird, steht auf einem anderen Blatt. Aber in den nationalen Bilanzen ist es natürlich ausgeschlossen. Auch zählt die Herstellung der Fahrzeuge, die Herstellung der Lokomotiven, die graue Energie, die in den Eisenbahnschienen oder in den Autobahnen steckt, nie mit. Alles das, was wir in Raffinerien oder an Tankstellen für Beleuchtung, für Raffination oder für Dehydrierung brauchen, zählt nicht mit. Sie sehen, es sind sehr viele Werte ausgeschlossen, die zum Teil bei der Industrie, zum Teil gar nicht erscheinen. Zusammenfassung. Jede Abgrenzung liefert ein anderes Ergebnis. Eine Abgrenzung ist für eine Fragestellung sinnvoll und für eine andere Fragestellung völlig verzerrend. Sie möchten bitte immer darauf achten, was hinter den Daten liegt. Würde man jetzt die Zahlen zum Beispiel der Europäischen Umweltagentur im Bild unten betrachten, dann wären es schon 25 Prozent etwa in Europa. Und würden Sie da noch Hochseeschiffe und den internationalen Flugverkehr über den Meeren dazunehmen, dann landen Sie schnell bei 30 oder 32 Prozent. Das ist immer so der dicke Daumen. Alles in allem ist etwa ein Drittel der Emissionen von Treibhausgasen weltweit auf Verkehr oder damit zusammenhängende Bedingungen zurückzuführen. Welcher Verkehrsträger ist jetzt wie stark an diesen Emissionen beteilt? Auch hier gilt wieder die Regel, bitte genau hinschauen. Naheliegend ist natürlich der Vergleich, dass jeder Verkehrsträger zunächst mal bezogen auf einen einzelnen Kilometer mit dem anderen verglichen wird. Wir messen einfach, wie viel CO2 entsteht bei einer Fahrt mit dem Fahrrad für einen Kilometer. Offensichtlich null CO2. Wie viel CO2 entsteht bei einer Kilometer Bahnfahrt oder bei einer Kilometer Pkw-Fahrt oder bei einer Flugreise mit genau einem Kilometer Entfernung. Das gibt es nicht, also wird es auf einen Kilometer runtergerechnet. In der Grafik sehen Sie jetzt die Werte dafür und das sind die Werte, die in der politischen Diskussion auch in Städten oft verwendet werden. Die Bahn emittiert 41 Gramm, der Pkw etwa 140 Gramm. Da sind wir dann im Bereich von 6, 7, 8 Litern auf 100 Kilometer. Und mit dem Flugzeug sind Sie noch mal ein bisschen höher, bei 211 Gramm pro Personenkilometer in Deutschland. Sie stellen also fest, die Werte, ja, sie unterscheiden sich, aber sie sind nicht in der Größenordnung unterschiedlich. Dieser Vergleich der Gramm pro Kilometer, der ist üblich, aber im Verkehrswesen nicht zielführend. Denn dieses Erfahrungsgesetz des Verkehrswesens, dieses Gesetz vom konstanten Reisezeitbudget, Gesetz vom konstanten Reisezeitbudget, ist natürlich kein Gesetzestext in irgendwelchen Bundestagsgesetzen, sondern einfach ein Erfahrungswert und der sagt, Menschen sind unabhängig von Verkehrsmittelnutzung, unabhängig von Zeit und Gesellschaft immer etwa eine Stunde, etwas mehr pro Tag im Verkehr unterwegs. Das bedeutet, diese Stunde, die wir für Verkehr nutzen, die kann jetzt ganz unterschiedlich genutzt werden. In Ihrer Stunde müssen Sie zur Arbeit oder zur Ausbildung oder zum Einkaufen. Sie möchten Freunde besuchen, möchten Freizeitverkehre, vielleicht im Theater oder ins Kino unterwegs sein. Und diese Stunde kann man natürlich auch dann bezogen auf jeden Verkehrsträger vergleichen. Ein Beispiel macht es vielleicht klarer. Wenn Sie sich überlegen, wo fahren wir denn übers Wochenende hin, dann überlegen Sie nicht, wir können 20 Kilometer mit dem Fahrrad, 20 Kilometer mit dem Auto oder 20 Kilometer mit dem Flugzeug weit ins Wochenende reisen. Sie überlegen sich, na was kann denn eigentlich an so einem vernünftigen Wochenende eine sinnvolle Zeit sein? Und wenn Sie den Freitag dazu nehmen, dann sind vielleicht vier Stunden als dicker Mittelwert schon ein typischer Wert. Wir wollen jetzt dieses Beispiel einer Urlaubsreise untersuchen. Eine Familie macht eine Wochenendfahrt ab Berlin und Sie haben vier Stunden Reisezeit. Da können Sie natürlich als mögliche Ziele mit dem Fahrrad nach Bad Saarow fahren. Dort ist schöne Umgebung. Sie können sich das Wochenende dort sehr angenehm gestalten. Und am Sonntag ging es zurück. Sie können natürlich auch in Kiel an der Ostseeküste, am besten mit dem Auto. Die Züge dauern dort länger hinfahren. Ostseeküste ist immer sehr schön. Freitagnachmittags hin, sonntags zurück. Mit der Eisenbahn würde sich vielleicht Stralsund anbieten. Direkt dort gegenüber Rügen, freitags hin, sonntags wieder zurück. Sie könnten auch eine Städtereise nach Venedig in Erwägung ziehen. Und dort ist natürlich das Flugzeug dann das Mittel der Wahl. In dem Beispiel kann eben diese Familie aus Berlin diese vier Ziele wählen. Und Sie sehen selbst schon, würde man dann in Berlin zur selben Zeit beginnen, dann ist es durchaus realistisch, dass man in der Zeit von vier Stunden 20 Minuten alle vier Ziele erreichen kann. Dem Wochenende steht nichts entgegen. Was ergibt sich nun für den Vergleich der vier Verkehrsmittel auf diesem Beispielfall? Wer nur die Gramm pro Kilometer vergleicht, der würde dieses Ergebnis etwa in der hier gezeigten Größenordnung finden. Mit dem Fahrrad hat er überhaupt keine CO2-Emissionen. Fernverkehr der Eisenbahn und Verkehr mit dem Pkw wären ungefähr auf gleicher Größenordnung. Mit dem Flugzeug hätten wir etwa 500 Gramm pro Kilometer in dem Beispielfall. Dass die Eisenbahn und der Pkw hier etwa auf derselben Größenordnung, an derselben Dimension liegen, liegt schlichtweg daran, dass der Besetzungsgrad im Pkw bei uns in dem Beispiel mit 2 angenommen wurde. Hier teilt sich natürlich dann das Ehepaar die Emissionen des Pkw. Und als Erkenntnis daraus ist ganz wichtig mitzunehmen, dass für alle Vergleiche der Besetzungsgrad die entscheidende Annahme darstellt. Wenn Sie den Pkw nur mit einer Person besetzen, ergeben sich relativ schlechte Werte. Würden Sie ihn mit fünf Personen in der Berechnung eingehen lassen, dann ergeben sich relativ gute Werte. Aber das Verhältnis ist ungefähr gleich. Es gibt keine großen Unterschiede zwischen Eisenbahn und Pkw für die Wochenendreisen. Das Flugzeug ist schlechter. In Gramm pro Kilometer gemessen. Ein anderes Bild zeigt sich, wenn Sie die Emissionen in Kilogramm pro Reise jetzt betrachten. Und das ist natürlich die Entscheidungssituation der Familie, die sich hier widerspiegelt. Das Verhältnis sieht jetzt völlig anders aus, denn mit dem Flugzeug konnten weitere Dimensionen zurückgelegt, weitere Entfernungen zurückgelegt werden. Das Fahrrad steht immer noch bei 0 Gramm. Eisenbahn und Pkw sind Komma, weil gleichweite Entfernungen zurückgelegt werden konnten. Auch wieder vergleichbar. Aber beim Flugverkehr hat sich ein Faktor 20 ergeben. Und das ist eben eines der Beweggründe, warum aus ökologischer Sicht die Billig-Airlines schwieriger oder kritisch einzuordnen sind. Sie erlauben es, sehr viel mehr Kilogramm CO2-Emissionen bezogen auf ein einzelnes Bedürfnis zu emittieren. Das gilt für das Beispiel der Urlaubsreise. Das gilt für die Einkaufsfahrt. Immer dann, wenn mehr Kilometer zurückgelegt werden können, dann sind auch die absoluten Emissionen in Kilogramm größer. Schnellere Verkehrsmittel haben einen deutlichen Umweltnachteil hinzunehmen. Bei den CO2-Emissionen kommt es nun im Kern überhaupt nicht darauf an, ob die Fahrzeuge modern oder alt sind, ob sie in Industrieländern oder Entwicklungsländern, ob sie im öffentlichen Verkehr oder im Pkw-Verkehr, auch ob im Güterverkehr oder im Personenverkehr die Emissionen verursacht werden. Es sind immer CO2-Emissionen, die gleich auf den Treibhauseffekt der Erde wirken. Das Schöne ist, da es unabhängig ist von der Technik, können Sie für jeden Anwendungsfall im Verkehrswesen mit einer einzigen Formel arbeiten. Wenn es darum geht, die CO2-Emissionen oder ganz analog auch die Wasseremissionen einer bestimmten Reise, einer bestimmten Fahrt zu bestimmen, genügt eine einzige Formel und Sie müssen nur wissen, welcher Kraftstoff wurde in welcher Menge verbrannt. In der Beispielsrechnung sehen Sie die Formel oben angegeben für CO2. Sie nehmen bitte die Menge der verbrannten Kraftstoffes in Liter gemessen. Aus der Literanzahl haben Sie danach durch Multiplikation mit der Dichte, mit Rohmultiplizieren bitte, die Masse zu bestimmen. Klar, 10 Liter mal etwa 750 Gramm pro Liter ergeben im Fall von Benzin 7,5 Kilogramm Benzin. Das können Sie für die anderen Kraftstoffe genauso machen und dann wissen Sie, welche Masse der verbrannte Kraftstoff denn hatte. Kraftstoffe bestehen aus Kohlenwasserstoffen, also ist die Multiplikation mit dem Kohlenstoffanteil in Prozenten der nächste Rechenschritt. Durch die Multiplikation mit dem Kohlenstoffanteil erhalten Sie danach die Masse des Kohlenstoffes. Nun wissen Sie, wie viele Kohlenstoffatome in Ihrem Kraftstoff zur Verbrennung verwendet wurden. Ein CO2-Molekül hat natürlich für jedes Kohlenstoffatom auch noch zwei Sauerstoffatome hinzugewonnen. CO2, lassen Sie mich rechnen, 12 plus 16 plus 16 Atommassen, da komme ich auf eine Molmasse von 44. Für jedes Kohlenstoffatom erzeugen wir ein CO2-Molekül mit einer Molmasse von 44. 44 Zwölftel ist der Faktor am Ende der Rechnung. Und der ist immer unabhängig von der Art des Fahrzeugs, immer unabhängig von Euro 3 oder Euro 4 Schadstoffklasse. Sie können den für alle Verkehrsmittel gleich nehmen. Analog wäre die Berechnung für Wasser, dann wäre natürlich der Wasseranteil, statt des Kohlenstoffanteil zu nehmen. Und immer sind die Faktoren dieselben, 44 Zwölftel, beziehungsweise im Fall von Wasser, 18 halbe, 9 wären die Faktoren am Ende der Rechnung. Was Sie für Ihre Rechnungsarten als einziges noch brauchen, sind Kraftstoffzusammensetzungen, Kraftstoffbestandteile. Die sehen Sie in der nächsten Grafik. Für die üblichen Kraftstoffe in Deutschland E10 und Superbenzin, für Diesel- und Flugbenzin, für Kerosin bei den Turbinen, für Schiffsschweröle, aber auch für Erdgas und Wasserstoff, sehen Sie die Kenngrößen in der Tabelle. Was sehen Sie vor allem? Naja, die Hauptbestandteile aller Kraftstoffe sind Kohlenstoff, Ausnahme natürlich reiner Wasserstoff. Wasserstoff stellt dann die zweite große Gruppe dar. Und bei fast allen Kraftstoffen sind Kohlenstoff und Wasserstoff die Hauptbestandteile vereinfacht ergänzen sie sich zu 100%. Gibt es Ausnahmen? Ja, es gibt zwei kleine Ausnahmen. Zum einen das jetzt inzwischen üblich gewordene E10-Benzin. Wie Sie wissen, dort sind Biokraftstoffe, vor allem Alkohol, Schnaps eingemischt. Bei 10% Alkohol in den Kraftstoffen ergeben sich über den Sauerstoffanteil des Alkohols, erinnern Sie sich, C2H5OH, ergibt es einen Anteil von etwa 3% Sauerstoff. Das zweite Beispiel sind Schiffsschweröle. Das ist diese träge, feste Masse, die Schiffe normalerweise in den Häfen bunkern. Das ist immer der Abfallstoff der Raffinerien. Das ist eigentlich ein zäher Teer, der muss erhitzt werden, damit er überhaupt flüssig wird und verbrannt werden kann. Und in diesen Schiffsschwerölen, da fassen die Raffineriebetreiber alle Schadstoffe zusammen, die eigentlich an Land als Giftmüll entzeugt werden müssten. Dort sind sehr viele Schwefelanteile, bis zu 4% und auch alle anderen Schadstoffe enthalten, sodass Schiffsschweröle eigentlich nur 94% Kohlenwasserstoffe enthalten. Die anderen 6% sind die unterschiedlichsten, auch giftigen Stoffe. Mit den Werten, und in der dritten Spalte sehen Sie die Dichten, Dichte roh in Kilogramm pro Liter, können Sie so dann für jede Ihrer Anwendungen die CO2-Emissionen bestimmen. Genau dieselbe Formel, Sie hatten es ja auf der Grafik gesehen, gilt für die Wasseremission. Vorhin hatten wir beim Flugverkehr gesehen, dass zum einen sehr viel längere Fahrstrecken zurückgelegt werden können. Beim Flugverkehr ergibt sich noch ein anderes Problem. Flugzeuge bewegen sich gerade auf Langstrecken in höheren Luftschichten. Wenn Sie dann in 12, 14, 15 Kilometer Flughöhe unterwegs sind, dann bewegen sich Flugzeuge schon in der Stratosphäre. Und dort herrschen eigentlich Rheinstraumbedingungen. Dort ist dann kein Wasserdampf mehr, dort sind keine Treibhausgase mehr. Dort ist eigentlich eine klinisch reine, in Anführungszeichen, Umgebung. Und alle Emissionen, die aus den Flugzeugturbinen dort emittiert werden, die behalten sehr, sehr lange ihre chemischen Wirkungen in großen Lufthöhen. Natürlich emittieren die Flugzeuge viel Wasser und viel CO2. Und das wirkt nun in besonderer Weise auf den Treibhauseffekt dort. Um diesen Effekt abzubilden, wurde in der Wissenschaft der Strahlungsantrieb, der zusätzliche Strahlungsantrieb als Index bestimmt, englisch Radiative Forcing Index. Dieser RFI, RFI, der gibt an, um wie viel mehr die Emissionen von Flugzeugen in großen Höhen wirken. Der Wert ist strittig. Es hängt davon ab, wie hoch genau. Es hängt davon ab, ob durch das Flugzeug Zirruswolken, Kondensstreifen erzeugt oder ermöglicht werden, ob eine Bewölkung da ist. Je nach Ausgangslage landen sie bei RFI-Werten zwischen 1,9 und 4,7. Die wissenschaftliche Genauigkeit ist noch vergleichsweise unsicher. Es kann durchaus sein, dass hier noch Sondereffekte dazukommen, da wir bei den Zirruswolken eigentlich noch nicht so sehr genau wissen, was denn dahinter steht und wie die Wirkungen unabhängig von der geografischen Breite denn dann auftreten. Tatsache ist, Flugzeugemissionen in großen Höhen wirken sehr viel treibhausintensiver. Sie müssen mit einem Faktor multiplizieren. Ob der Faktor 2 ist, damit wäre er sehr klein. Ob der 4,7 oder 5 oder noch höher ist, damit wäre der Faktor sehr hoch. Das kann noch nicht gesagt werden. Der Vorschlag ist, nehmen Sie einen mittleren Faktor zwischen 2 und 3. Der spiegelt am besten den Wissensstand wider. Und Sie stellen fest, Flugzeugemissionen sind nochmals kritischer, bezogen auf den Treibhauseffekt der Erde. Lassen Sie mich zum Ende kommen. Wie lässt sich das eben Gesagte zusammenfassen? Nun, gerade bezogen auf den Verkehr bleibt festzuhalten, dass die Klimagasemissionen des Verkehrs keine Restgröße sind, sondern eine entscheidende Größe für alle Anstrengungen zum Schutz des Klimas. Und Sie müssen die Emissionen bestimmen können, denn das ist eine entscheidende Grundlage für alle Maßnahmenbewerbungen. Die gute Nachricht ist, es gibt eine relativ einfache Formel. Sie müssen multiplizieren mit vier Faktoren und dann können Sie für jeden Kraftstoffeinsatz aus der Menge der verbrauchten Liter direkt die Emissionen an CO2 in Kilogramm bestimmen. Es ist nun auch unstrittig. Dieser eigentlich im Vergleich zum natürlichen Treibhauseffekt kleinere anthropogene Treibhauseffekt, der von den Menschen verursachte Treibhauseffekt, der muss auf Null reduziert werden. Es kann nicht sein, dass Sie in einem sehr stabilen Gleichgewichtssystem jedes Jahr eine zusätzliche erwärmende Größe emittieren, dann würde sich natürlich das Klima ändern, drastisch ändern. Wir reden jetzt nicht von den Himalaya-Kletschern und vom Meeresspiegelanstieg. Es wäre noch sehr viel andere dynamische Veränderungen zu befürchten. Politischer Konsens ist, dass wir den um 90, 95, ja eigentlich um 100 Prozent reduzieren müssen innerhalb der nächsten Jahrzehnte. Ob nun das Jahr 2050 als Zieljahr oder vielleicht 2070 oder ein anderes Jahr gewählt wird, spielt keine Rolle. Die CO2-Emissionen des Verkehrs sind langfristig auf Null zu reduzieren. Dazu müssen Sie natürlich dort ansetzen, wo viele Emissionen entstehen. Bitte nicht nur den Vergleich Gramm CO2 pro Kilometer Fahrt heranziehen. Der kann manchmal richtig sein. Für viele Entscheidungen im Verkehr ist er verzerrend und irreführend, denn dort kommt es auf einzelne Fahrten, auf einzelne Mobilitätsbedürfnisse an. Kilogramm CO2 pro Einkaufsfahrt, pro Urlaubsfahrt, pro Fahrt zur Arbeit oder eben auch pro Fahrt für einen bestimmten Freizeitzweck. Das sind hier die entscheidenden Abgrenzungen. Es kommt darauf an, ein Mobilitätsbedürfnis mit den wenigsten Emissionen abzudecken. Wie können CO2-Emissionen noch reduziert werden? Natürlich technisch. Wenn es den Maschinenbauern gelingt, die Effizienz der Motoren zu erhöhen, toll. Aber da haben wir schon viel versucht, sind auch schon an gewisse Grenzen gekommen. Das wird immer teurer und aufwendiger. Ja, dann kommt der zweite Faktor immer mehr in den Fokus der Bemühungen. Wir müssen das Verhalten der Menschen beeinflussen. Das Verhalten der Menschen können Sie auf die verschiedensten Arten beeinflussen. Natürlich über die Zielwahl. Wer ein nähergelegenes Ziel ansteuert, hat weniger CO2-Emissionen zu verantworten. Ich hatte schon angesprochen, der Besetzungsgrad ist entscheidend. Und wenn Sie schon Ihren Pkw verwenden, fragen Sie einfach nochmal, ob jemand aus der Nachbarschaft vielleicht mitreisen möchte. Der Besetzungsgrad ist eine entscheidende Größe. Er geht direkt in die Vergleiche ein. Vielleicht können Sie sogar auf die Anschaffung Ihres Zweitwagens verzichten oder einen neu geplanten Pkw-Kauf verschieben oder ganz darauf verzichten. Carsharing bietet Möglichkeiten. Wer die CO2-Emissionen pro Familie über das ganze Jahr bestimmt, stellt fest, Nutzer von Carsharing haben um Größenordnungen kleinere CO2-Emissionen bezogen auf die Familie und den Haushalt im Jahr. Zu Fuß gehen. Bahn und Bus fahren. Es gibt so viel mehr Möglichkeiten. Das Verhalten der Menschen ist entscheidend. Und auch hier gilt, die Rahmenbedingungen, die wir als Verkehrsplaner oder als Verkehrspolitiker vorgeben, die prägen das Verhalten der Menschen. Es ist nicht jeder für sich allein ausschließlich verantwortlich. Auch Politik und Planung müssen solche Situationen ermöglichen oder schaffen, dass es den Menschen möglich ist, in der Nähe einzukaufen oder zu Fuß zu gehen. Damit sind wir bei der übergeordneten Zusammenfassung aus diesem kurzen Kurs zum Treibhauseffekt. Natürlich müssen wir Menschen an die Ziele bringen. Das ist unstrittig. Aber eigentlich ist weniger Verkehr, gemessen in Kilometern, gemessen in Erdöl, gemessen in Emissionen notwendig. Weniger Verkehr ist die Herausforderung für heute, denn das lässt größere Chancen für künftige Generationen. Dann gibt es weniger Kosten. Weniger Lärm-, Abgas- und Treibhauseffekt heute. Weniger Kosten für die Familien, für Benzin und Fahrzeuge. Weniger Unwendschäden. Und das würde vor allem den sozial benachteiligten Gruppen zugutekommen. Die haben schon kein Auto, leiden aber unter Lärm und Abgas. Nutzenmischung, Nähe, Multifunktionalität erlaubt hier gerade den schwächeren Bevölkerungsschichten eine höhere Lebensqualität. Und übergeordnet ist natürlich der Schlüssel zu allen diesen Maßnahmen der Pfad zur Kostenwahrheit. Naja, genau genommen zu weniger Kostenunwahrheit. Es ist völlig klar, die Preise müssen auch die ökologische Wahrheit ausdrücken. Verkehr muss bezogen auf den Kilometer teurer werden. Und durch die vielen Anpassungsreaktionen, andere Zielwahl, Besetzungsgraderhöhung, Umstieg, kann es dann geschehen, dass obwohl Verkehr je Kilometer teurer ist, Sie am Monatsende als Familie mehr Geld in der Kasse haben. Denn es gab viele Möglichkeiten, in der Nähe einzukaufen. Und auch die Urlaubsdestinationen in der Nähe wurden attraktiver und schöner und vielfältiger. Dieser Pfad zu weniger Kostenunwahrheit ist der entscheidende. Ich wünsche uns allen viel Glück auf dem Pfad. Dankeschön.